Meine Damen und Herren, willkommen zurück zu Fortnite Battle Royale. Heute bin ich hier mit dabei mit dem Beef, den ihr alle sicher aus meinen Livestreams kennt. Und wir zeigen euch jetzt, wo ihr den geheimen Battlestar der dritten Woche findet. Da blinde ich euch mal ganz kurz hier das Bildchen ein. So sieht das aus, da vermöbelt die nette Rotkäppchen gerade die bösen Wölfe. Und das Ganze macht sich hier in Warding Woods. Und da müsst ihr einfach dann hier bei diesem wunderschönen Haus hingehen. Also hier oben ist ja eins, da ist eins und da unten ist eins. Ihr müsst hier aber zudem hier rechts oben gehen. Dieses Haus ist nämlich mit auf dem Bild. Und ja, ist kleine Überraschung, ist hier dann ein Battlestar. Entweder geht ihr von außen rauf oder ihr geht hier von innen rauf. Dann macht ihr hier einfach mal die Wand kaputt. Und könnt dann hier hoch. Oh, ihr geht einfach halt von der Hecke hier oben, könnt ihr auch rauf bringen. Und hier oben an dem wunderschönen Schornstein findet ihr dann den geheimen Battlestar. Den müsst ihr dann noch einsammeln. Könnt auch hier oben direkt landen. Müsst aber ein bisschen aufpassen, da werden sich natürlich wieder ein paar Leute rumkabbeln, rumkabbeln, wenn sie auch schon die Herausforderung abgeschlossen haben. Natürlich müsst ihr dafür alle drei Wochen abgeschlossen haben, damit ihr diesen Ladenbildschirm kriegt und der Battlestar auch da ist. Wenn ihr das noch nicht habt, müsst ihr die leider noch abschließen, bevor da überhaupt der Battlestar auftaucht. Das war es eigentlich auch schon wieder vom Video. Und wir sehen uns dann morgen spätestens beim Livestream. Ich sage dann Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.